Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute werden wir uns mal anschauen, warum ihr euren König immer mit einer Rochade in Sicherheit bringen solltet. Viel Spaß dabei! Ja, bevor das Video losgeht, erstmal eine kleine Entschuldigung, dass es so lang gedauert hat, dass wieder ein Video kommt. Es gab ein paar persönliche Geschichten bei mir, aber jetzt geht es wieder los. Und für alle, die es kaum erwarten konnten, freut euch jetzt wieder auf die Videos. Noch zwei kleine Ankündigungen. Ich streame jetzt wieder relativ regelmäßig und zwar auf meinem Twitch-Kanal. Den verlinke ich auch unten. Sucht einfach bei Twitch Schachpanda. Und da kommt jetzt auch meine zweite Ankündigung. Am Wochenende, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist das Halbfinale und Finale der Panda-WM. Jetzt heute am Freitag und morgen am Samstag. Freitag Halbfinale, Samstag Finale. Jeweils ab 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Es wird spannend. Schaut vorbei. Genug für die Ankündigung. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Angriff auf den König in der Mitte. Ich kriege immer wieder Fragen, in welche Richtung man denn rochieren sollte. Und was mir auch immer wieder auffällt, bei den Turnieren, die ich so kommentiere. Ihr kennt ja sicherlich die goldenen Regeln und dazu gehört es ja, seinen König in Sicherheit zu bringen. Und es ist aber oft so bei so den Regeln, dass man dann irgendwann, wenn man so ein bisschen besser wird, anfängt, die so ein bisschen zu vernachlässigen. Und mal die Rochade aufzuschieben. Das kann man manchmal machen, aber ich werde euch jetzt heute Beispiele zeigen, wie man das ausnutzen kann, wenn der Gegner den König in der Mitte lässt. Es geht nicht immer, aber immer mal wieder. Und deswegen will ich euch schon mal ans Herz legen, rochiert. In welche Richtung, darum kümmern wir uns im nächsten Video. Es wird so eine kleine Videoserie über Rochaden. Wann sollte man rochieren? Wohin sollte man rochieren? Und wie greift man die gegnerische Rochade-Stellung an? Und wir fangen heute an damit, was passiert, wenn der Gegner nicht rochiert. Und dazu habe ich hier eine Menge klassischer Beispiele rausgesucht. Und das erste Beispiel ist hier von Paul Morphy, begnadeter Angriffsspieler. Und ihr werdet sehen, es ist nicht so, dass wenn der Gegner den König in der Mitte lässt, ihr ihn einfach so matt setzt. Was ihr da oft braucht, ist die Brechstange und Taktik. Taktik, Taktik, Taktik. Und ihr wisst, und falls ihr es nicht wisst, dann hört ihr es jetzt, die eigentlich wichtigste und effektivste Trainingsmethode ist Taktik-Training. Und das werdet ihr jetzt in dem Beispiel schön machen können. Ihr könnt nämlich in dem Video mitmachen. Und zwar geht es jetzt los. Morphy gegen Dukal. Klassische Partie. Wir schauen uns das mal an, wie Morphy das hier macht. D6 kann man spielen, D4, Läufer G4 schlägt. Jetzt schlägt der Läufer hier raus, die Dame schlägt und der Bauer schlägt. Weiß macht erstmal natürlich weiter, Läufer C4. Ich möchte mir ja gar nicht die Partien komplett analysieren, sondern einfach nur dann in den entscheidenden Stellen mal einspringen. Jetzt geht es zum Beispiel los. Haltet gerne das Video an und sucht für Weiß mal einen sehr dynamischen, aktiven Zug. Und ich verrate es euch, Dame B3 ist hier der beste Zug. Doppelangriff. Ja, was macht Schwarz? Er muss ja irgendwie den F7 decken, also spielt der Dame E7. Und damit verbindet er auch eine Idee. Ja, ihr könnt ja auch mal das Video wieder anhalten, was passiert auf Dame B7. Und dann überlegen, was man vielleicht deswegen spielen sollte hier als Weißer. Ich verrate es euch. Die Idee von Dame E7 ist es, nach Dame B7 mit Dame B4 die Damen zu tauschen. Man hat zwar einen Bauern gewonnen, als Weißer ist natürlich super, einfach einen Bauern gratis. Aber Morphe, der wollte matt sitzen. Das war ein Angriffsspieler, der hatte keinen Bock auf Damentausch. Und deswegen hat er jetzt Dame B4 verhindert. Und wie kann man das gut verhindern? Natürlich ihr Entwicklungszug Springer C3. Wenn jetzt Dame B4 kommt, dann knallt es natürlich auch auf 7 und dann kann die Dame auch verschwinden. C6. Ja, ihr seht jetzt schon, die Dame steht jetzt da so ein bisschen dem Läufer im Weg. Und Schwarz hat ein bisschen Probleme, sich zu entwickeln. Die kriegt diesen Läufer hier nicht raus. Ihr seid wieder dran. Natürlicherweise Entwicklungszug. Haltet das Video gerne an. Was würdet ihr hier spielen? Ich verrate es euch, was hier Morphe gespielt hat und wahrscheinlich auch das Beste ist. Läufer G5. Druck machen. Jetzt spielt hier Schwarz B5. Ja, und jetzt, auch jetzt seid ihr wieder dran. Hier werdet ihr viel mitmachen in dem Video. Haltet mal das Video an. Und hier geht es jetzt gar nicht genau um Berechnung, sondern Intuition. So ein bisschen auch als Angriffsspieler. Was würdet ihr hier spielen? Ja, und jetzt ist B5, ja, das fragt natürlich den Läufer hier. Der will den Läufer vertreiben aus der Diagonale. Und wenn der Läufer jetzt einfach nur zurückgeht, das ist viel zu wenig. Dann ist der Läufer weg aus dieser aktiven Position. Und Schwarz kann hier selbst später, wer weiß, aber irgendwann mal B4 sogar spielen kann. Und den Springer vertreiben kann und so. Jetzt ist der Moment, Schwarz erlaubt sich hier, hat Entwicklungsrückstand. Der König ist in der Mitte und erlaubt sich hier eine ganz schöne Schwächung. Und jetzt ist klar, hier muss man zuschlagen. Und deswegen Springer B5. Jetzt kommt Springer D7. Ihr seid wieder dran. Natürlicher Entwicklungszug. Haltet immer gerne das Video an. Ich verrate es euch. Lange Rochade geht hier drauf auf den D7. Ihr schaut mal, hier ist alles gefesselt von Schwarz. Jetzt Schwarz hat eigentlich nur einen sinnvollen Zug. Turm D8, um den Springer zu decken. Und ja, jetzt ist so ein Moment gekommen. Und das werdet ihr sehen in diesen meisten Partien. Es spielt sich nicht immer von selbst. Jetzt muss, irgendwann muss man halt gucken, dass man die Taktiken findet. Und jetzt ist so ein Moment gekommen. Sonst spielt Schwarz, wer weiß, ob er dann irgendwann hier sich so entwickeln kann oder so. Oder Dame E6 spielen kann und dann den Läufer raus. Irgendwann schafft er Schwarz sich zu befreien. Und hier muss man jetzt einen Weg finden, voranzukommen. Weil eigentlich stehen ja schon fast alle Figuren im Angriff. Fast alle Figuren. Das ist ein kleiner Hinweis. Haltet das Video wieder gerne an und sucht mal die nächsten Züge. Das sind jetzt im Prinzip die entscheidenden Züge der Partie. Ich verrate es euch. Es kommt Turm D7. Man gibt ja die Qualität und holt den nächsten Turm mit Tempo ran. Und der Turm ist ja gefesselt. Und jetzt hat man ja wirklich alle Figuren im Angriff. Und jetzt droht es natürlich hier auf D7 und auf F6. So, Schwarz zieht, Dame E6. Ein logischer Zug. Was soll er sonst machen? Raus aus der Fesslung. Man könnte jetzt natürlich zum Beispiel hier auf D7 nehmen. Das macht Morphe auch. Sehr logisch. Ja, was soll Schwarz jetzt machen? Er nimmt mit dem Springer wieder. Und ja, sieht ja eigentlich alles safe aus. Aber Morphe hat das Ganze natürlich durchgerechnet. Ihr seid dran. Warum funktioniert Springer D7 nicht? Und jetzt kommt es wieder Taktik. Taktik, Taktik, Taktik. Ich verrate es euch. Wunderschönen Damenopfer, Dame B8 und Turm D8-Matt. Wir machen weiter. Nächster begnadete Angriffsspieler, Thal. Michael Thal gegen irgendwen Unbekanntes. Ich mache jetzt mal wieder so ein bisschen voran. Wir haben hier einen Sitz hier Jana auf dem Brett. E5, sehr frühe Angriff. Dame E7. Auf den hier kann Schwarz dann Dame E5 spielen und greift den Läufer an und holt sich so Material zurück. Deswegen Dame E2. Springer D7, lange Rohrade. Läufer B7. Ja, und jetzt geht es schon los. Bisher hat Schwarz eigentlich gefühlt gar nicht so viel verkehrt gemacht. Aber Thal zeigt einfach, dass er ein super Angreifer ist und legt hier los. Versucht es gerne zu finden. Das ist wirklich schwer, jetzt diese nächsten ein, zwei Züge. Er spielt hier, ich verrate es euch. Halte das Video, wie gesagt, gerne an. Springer schlägt E6 und Dame G4. Das ist brandgefährlich. Dieser E6, den kann Schwarz schon kaum decken. Versucht das mit Dame B6 und jetzt seid ihr wieder dran. Worum es jetzt in all diesen Beispielen auch gehen wird, ist, man muss hier dynamisch spielen. Man hat nicht so viel Zeit. Irgendwann schafft es der Gegner sich zu entwickeln, schafft es sich zu verteidigen, schafft es seinen König in Sicherheit zu bringen. Und das sind jetzt so Momente, hier muss man jetzt den besten Zug finden und auch schnell angreifen. Und man muss auch bereit sein, Material dafür zu geben, wenn man es schafft, dann an den König zu kommen. Und mit dem Hinweis, wie immer, sucht den Zug, haltet das Video an und ich zeige euch den Zug. Turm D6. Bam! Der Turm wird geopfert, verstellt den Angriff der Dame auf E6, äh, die Deckung der Dame auf E6. Was soll Schwarz machen? Er nimmt den raus und es folgt. Dame E6, ja, aber gibt nur einen Zug, König F8 und jetzt kommen die Bomben, ja. Jetzt kommt eine Zugreihenfolge, die einfach gigantisch ist. Also es hat Tal wahrscheinlich schon vorher gesehen. Ähm, wenn ihr das jetzt findet, dann seid ihr wirklich richtig starke Taktiker. Es kommt jetzt, ähm, es wird bald matt und es ist auch passiert matt schon. Ja, schwer zu sehen. Haltet das Video gerne an, versucht die Folge zu finden. Und wie gesagt, es geht darum, schnell sich zu entwickeln, schnell an den König zu kommen, ja. Klammert euch nicht so an euer Material. Dafür war Tal jetzt auch nicht unbedingt bekannt, sich an sein Material zu klammern. Ich zeige euch die Kracher, ja. Läufer C4 droht matt auf F7 und macht das Feld F1 frei. Was soll Schwarz machen? Er nimmt den raus. Tom nach F1, Schach. Springer nach F6, geht dazwischen. Und jetzt eben die nächsten Kracher, die man gesehen haben muss. Tom schlägt F6 und läuft auf F6 matt. Bam! Ja, der seht ihr, das war eine Partie wie aus einem Guss. Ähm, tolles Beispiel, wie man so einen König in der Mitte wirklich Dampf machen kann. Wir haben ein nächstes Beispiel. Und zwar von Fischer. Ja, Bobby Fischer gegen auch einen schwächeren Spieler. Schauen wir mal rein. Hier haben wir auch Sitzianisch auf dem Brett. Bisher noch nicht so viel los. Da haben wir A5, sieht schon ein bisschen komisch aus. Schwarz tauscht jetzt hier und spielt D5. Er erlaubt sich hier, ähm, Zeit zu verlieren. Droht halt Läufer C5, aber ein ganz logischer Zug, um das abzuwehren, Läufer E3. Und Schwarz verliert jetzt weiter Zeit, indem er diesen Bauern schnappt. Und jetzt wieder ein wichtiger Moment. Ein automatischer Zug, den hier viele Spieler, die meisten Spieler spielen werden werden. Dame schlägt E4. Aber das sind jetzt genau diese Momente, von denen ich gesprochen habe. Wenn man Dame E4 spielt und der Gegner läuft E7 und rochiert, dann hat er alle Probleme gelöst. Und ein weiteres Thema, was ich jetzt noch nicht so angesprochen habe, weil es bisher einfach immer taktisch ging, ist, wenn man dem gegnerischen König in der Mitte an den Kragen möchte, dann muss man die Stellung öffnen. Stellung öffnen, ein ganz wichtiges Thema. Und ja, mit diesen Hinweisen seid ihr wieder dran. Versucht mal den Zug zu finden, den Fischer hier gespielt hat und der auch mit Abstand des stärksten Zug ist. Ja, der Hinweis, Stellung öffnen, sollte euch auf die Idee bringen, hier F5 zu spielen. Ja, was soll Schwarz machen, wenn er den jetzt hier rausnimmt, hat man hier halt weitere Angriffslinien geöffnet und kann, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, eine Idee, das auszunutzen ist, ist zum Beispiel Läufer A4. Ja, sehr spannender Zug, weil jetzt auf B5 hat man dann zum Beispiel diese Schach, Läufer E7. Und jetzt kann man zum Beispiel einfach weggehen und Schwarz kann jetzt nicht rochieren. Und ihr seht, alle Figuren stehen verkehrt danach, zentralisiert sich Weiß hier weiter. F5 ist jetzt so ein Zug, er führt halt nicht direkt zum Gewinn. Ein anderer Zug, den der Computer auch sehr gerne mag, ist einfach Tom D1 spielen. Und ja, die Dame, Schwarz wird hier schwer rauskommen. Okay, Schwarz spielt das aber anders. Dame B4 und ja, jetzt zerlegt den Fischer. Er schlägt, ups, entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Ein bisschen vorgesprungen, er schlägt jetzt hier auf E6. Schlägt wieder, er schlägt auch. Schlägt wieder und jetzt seid ihr dran. Schwarz will natürlich die Damen tauschen, ja. Es ist ganz wichtig beim Angriff gegen den gegnerischen König in der Mitte, wir brauchen die Dame. Ohne die Dame setzt man Schwermatt. Und hier kommt jetzt, ja, wieder, das ist auch eine schwierige Taktik, weil es auch nicht direkt forciert ist. Es sind jetzt viele, mehrere Züge und das ist dann so ein bisschen ein Angriffsgefühl, was man halt auch entwickeln muss. Ja, versucht einfach mal, was das weiße hier zu finden. Ich zeige es euch. Das ist jetzt wieder so ein Moment, wo man halt schnell sein muss. Er knallt, Fischer knallt jetzt hier auf F8 rein. Die Dame hängt, deswegen muss die Dame jetzt hier nehmen. Und jetzt der wichtige Zug, Dame A4, ja. Der sieht harmlos aus, aber schaut mal, Schwarz hat ein Problem. Er kann nicht nach da wegen Läufer C5, er kann nicht nach da wegen Turm nach F1. Wenn er nach da geht, kommt auch Turm nach D1 und es wird matt. Mit dem Läufer und mit der Dame da hinten. Deswegen muss er B5 spielen. Und jetzt kann man hier Dame schlägt E4 spielen und hat den Doppelangriff. Und wenn jetzt der Turm weg geht, dann nimmt man, äh, dann nimmt man jetzt nicht hier auf E6, weil dann kommt einfach Dame E7, sondern spielt den und danach Turm D1. Und auf den kann man dann zum Beispiel Läufer B6 spielen. Und dann da hinten, diese Schach und so. Das ist, die Taktiken sind, ich verlinke die Studie, ihr könnt euch die mal anschauen. Ähm, alle, auf alle Aufgaben, die ich hier habe. Die Taktiken bleiben kompliziert. Na, ich will euch einfach nochmal zeigen, wie sowas funktionieren kann. Diese Stellung ist jetzt vollkommen gewonnen, wer weiß, weil danach diese Schach droht und dann man hier hinten diesen Turm gewinnt. Ja, was soll er machen? Auf, ähm, den zum Beispiel gewinnt man jetzt halt, äh, beziehungsweise diesen Turm gewinnt man natürlich auch. Okay, wir machen, ähm, weiter. Also nach Dame E4 hat der Gegner schon aufgegeben. Das hat er sich gar nicht mehr zeigen lassen. Ja, jetzt kommt mal ein Beispiel von Schwarz. B5, ja, das ist so ein Gambit. Ist jetzt nicht korrekt, aber, ähm, darum soll es ja auch nicht gehen. Dame B6 greift den F2 an. D5. Und ihr seht, Schwarz opfert hier zwei Bauern. Für Entwicklungsvorsprung. Und um die Stellung zu öffnen. Und jetzt, ja, so ein Moment. Weiß sollte unbedingt probieren, seine Entwicklung zu vollenden. Also Springer F3 und kurze Rojado. Und danach steht er super. Springer E4 ist tatsächlich schon ein Fehler. Ihr seid jetzt entweder dran. Es gibt jetzt eine kleine Taktik für Schwarz. Wie er hier ein bisschen Material zurückgewinnt und weitere Verwirrung stiftet. Versucht das mal zu finden. Ich zeig's euch. Man nimmt hier auf F2. Sehr interessant. Und hat dann Dame B4 Schach. Und jetzt gewinnt man diesen Läufer. Und, ja, Weiß kann hier weiter schlecht rochieren. Und der C2 hängt und der E4 hängt. Der beste Zug wäre jetzt einfach Dame E2. Und versuchen die Damen zu tauschen. Und, ähm, gut ist. Stattdessen kommt Dame F3. Und jetzt, ja, seid ihr wieder dran. Versucht man Zug zu finden. Es ist kein taktischer Schlag. Aber wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen. Was muss man tun, um so dem gegnerischen König zu nahe zu kommen. Um, um das auszunutzen, wenn der in der Mitte steht. Versucht mal mit diesen Hinweisen wieder den Zug zu finden, den Schwarz hier gespielt hat. Ja, es geht hier um das Thema Stellung öffnen. Wir müssen die Stellung öffnen. Und wie tun wir das? F5. Weiß hätte sich immer noch verteidigen können. Aber Dame E2 wäre jetzt immer noch okay gewesen und so. Aber, ähm, ja, das Spiel mit so einem König in der Mitte ist es auch einfach unangenehm zu spielen. Auch wenn der Computer das manchmal verteidigt. Aber es ist einfach unangenehm zu spielen. Stattdessen nimmt Weiß hier. Und jetzt seid ihr dran. Äh, wunderschön. Schwarz setzt jetzt wunderschön matt. Ja, sieht gar nicht so aus. Wie setzt hier Schwarz matt? Wunderschön. Ich zeig's euch. Bam! Damen F1. Damen Opfer. Richtig geil. Läufer Doppelschach. Doppelschach. Er muss nach da und Tommen F1 matt. Und das meine ich eben. Am Ende müsst ihr oft, um das auszunutzen, muss man dann oft Taktik anwenden. Ja, einfach nur so, äh, angreifen, angreifen, matt setzen, funktioniert meistens nicht. Ähm, die nächste Partie. Blackburn gegen Lusch. Auch eine klassische Partie. Schauen wir mal rein. Kurze Rohrade. Läufer D6. H3. Und jetzt spielt hier Schwarz H5. Ja, mit der Idee, äh, wenn Weiß hier nimmt, dann öffnet er die H-Linie. Das ist schon gefährlich. Aber das verliert einfach Zeit, H5. Ja. Weiß sagt einfach, mach doch. Ich nehm, muss den ja gar nicht rausnehmen. Ich entwickle mich hier weiter und greife hier erstmal diesen Läufer an. Damen geht zurück. Jetzt nimmt Weiß da und entwickelt sich erstmal weiter. Läufer E3. Und, ja, sieht Schwarz langsam, okay. Weiß kann ja da doch irgendwann nehmen und tauscht den raus. Ich bringe an 6. Soweit ist ja erstmal alles halbwegs okay. Turm E1. Turm in die Mitte. C4. Und jetzt, ja, Schwarz. Ihr seht, er könnte vielleicht mal lang auch hierin irgendwann. Wobei das auch hier gefährlich wäre. Aber hier hätte zumindest seinen König halbwegs in Sicherheit gebracht. Stattdessen Turm C8. Turm D1. H4. Läufer F4. So, und jetzt seid ihr wieder dran. Was hat Weiß hier wohl gespielt? Ihr seht, der König ist noch in der Mitte. Aber so einfach kommen wir nicht an ihn ran. Und das sind so typische Situationen. Der König ist in der Mitte. Aber wie kommen wir an ihn ran? Ich verrate es euch. Wir öffnen die Stellung. Und das auch gerne manchmal unter Materialopfer. D5. Tausch. Tausch. Springer nimmt. Und jetzt ziehen wir Läufer P5. Und jetzt schaut mal. Wir haben ja alle Linien offen. Die Diagonalen sind offen. Das ist schon brandgefährlich für Schwarz. Und ist auch schon. Der Computer sagt, das ist auch vollkommen verloren. Wie genau, muss man dann immer genau schauen. Schwarz spielt jetzt hier den. Und dann folgt jetzt einfach Schraubläufer D6. Die Dame geht zurück. Und jetzt seid ihr wieder dran. Sucht mal eine Idee. Wie können wir jetzt hier matt setzen? Findet mal eine schöne Idee, um matt zu setzen. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee, die Weiß jetzt hier spielt. Ja, es reicht irgendwie. Also irgendwie müssen wir ja noch weiteren Druck machen. Und Weiß spielt jetzt den wunderbaren Zug. Dame F5. Und ist rot. Turm schlägt E6. Und auf E6 einfach matt setzen. Schwarz hat dagegen gar keine Verteidigung. Und deswegen gibt er jetzt hier die Dame. Weiß nimmt die aber gar nicht. Weil er irgendwie mehr. Also die Idee wäre jetzt von Schwarz das so zu spielen. Und dann sich zumindest zu retten. Dann verliert er auch hier jede Menge Material. Aber dann hätte er sich zumindest gerettet. Weiß nimmt die Dame gar nicht. Sondern geht hier zurück. Und Schwarz denkt. Haha, super. Kann ich auch meine Dame retten. Und jetzt seid ihr wieder dran. Es kommt der Kracher. Weiß am Zug. Ich verrate es euch. Der Kracher ist jetzt. Jetzt geht Turm E6. Weil wir auf G6 matt setzen. Und ihr seht wieder. Entscheidet hier Taktik. Wir setzen weiter matt. Ja. So. Ja, Weiß opfert hier einen Bauern. Dame G4 opfert einen zweiten Bauern. Springer F3. Witzige Taktik. Weil die Bauer gefesselt ist. Ich will jetzt gar nicht, wie gesagt, auf diese Züge so genau eingehen. Lange Rochade. Bereitet mal. Also, wenn jetzt Schwarz hier nimmt, kommt Läufer G5. Und dann seht ihr, ist da unten matt. Deswegen spielt jetzt Schwarz den. Und Weiß nimmt hier. Springer H6. Ja, und jetzt seid ihr dran mit der Taktik. Weiß am Zug. Weiß am Zug spielt jetzt eine tolle 2-3-züge Taktik und setzt matt. Ich verrate es euch. Ihr spielt trotzdem Läufer G5. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt der entscheidenden Moment. Haltet es uns nochmal an gerne. Jetzt kommt der wichtige Moment, den man vorher gesehen haben muss. Ich würde wieder gern matt setzen. Der Springer deckt das. Na gut. Dann knalle ich ihn halt raus. Und matt. Auch wunderschön. König in der Mitte mit Damenopfer matt gesetzt. Wir machen weiter. Es geht hier, wie gesagt, es geht hier gar nicht genau um die Zugreihenfolgen. Einfach nochmal, dass ihr seht, wie man sowas machen kann. D4, Springer B5. Rochade, Springer F3. Ja, was haben wir hier? Schwarz hat klaren Entwicklungsvorsprung. Der König steht noch in der Mitte. Und er braucht noch zwei Züge. Wenn er das jetzt schafft, Läufer G2 und die kurze Rochade, dann hat er es geschafft. Aber das vermiesen wir ihm. Was machen wir? Schwarz am Zug. Mit dem, was ihr so wisst, was wir bisher immer so vorhaben, findet ihr den Zug bestimmt. Ich zeige ihn euch. D3. Wir wollen, ich meine, der D-Bauer hängt sowieso. Und wir wollen die Stellung öffnen. Wenn Weiß den hier nimmt, wunderbar, dann kriegen wir hier einen Schach. Und dann wird er für immer in diesen Fesslern. Dann spielen wir irgendwie Läufer G4, Dame D5. Und er wird hier für immer in diesen ganzen Fesslungen bleiben. Das kann nicht gut gehen. Deswegen spielt Weiß Torm D1. Dame B6. Man opfert jetzt diesen Bauern. Kriegt dafür aber volle Entwicklung. Und jetzt ist aber wieder so ein Moment. Man ist zwar jetzt voll entwickelt, aber wenn Weiß wieder Läufer G2 und die kurze Rochade schafft, dann hat er es geschafft. Deswegen energisch weitermachen. Torm D8. Erstmal die D-Linie besorgen. Springer D6. Ja, und jetzt kommt ein wunderschöner Zug von Schwarz. Versucht ihn gerne zu finden. Er ist wirklich sehr toll. Und zwar spielt, ich verrate es euch, er spielt Springer B4. Er opfert jetzt diesen Läufer. Weiß nimmt ihn. Und jetzt kommt die Idee dieses Zuges. Ihr seid dran. Schwarz am Zug. Schwarz am Zug hat jetzt den Kracher. Auch hier wieder taktischer Kracher. Um die Partie zu gewinnen. Es gibt nur einen Zug. Und das war auch die Idee von Springer B4. Ich verrate es euch. Wir wollen hier auf C2 matt setzen. Das ist matt. Die Dame deckt das. Also muss die Dame weg. Und wie lenken wir die ab? Mit Dame A5. Warum Dame A5? Es droht jetzt nämlich auch noch ein Abzug. Wenn wir zum Beispiel Dame B5 spielen. Dann hat... Weiß zum Beispiel die Möglichkeit hier zu tauschen. Und dann Dame B3 zu spielen. Aber nach Dame A5 geht das nicht. Weil das trotzdem matt ist. Deswegen Doppelschach. Dame A5 schwarz tauscht raus. Und dann hat er hier aufgegeben. Weil er kann das jetzt nicht mehr verhindern. Den Materialverlust. Hier verliert er jetzt mindestens die Dame. Um irgendwie das matt zu verhindern. Weiter im Takt. Wir setzen hier einfach weiter matt. Eröffnung hier mit Gambit. Wollen wir auch nicht so weiter drauf eingehen. Es geht jetzt mal um so Ideen. Und hier spielt Schwarz jetzt einen hyperinteressanten Zug. Er ist nicht hundertprozentig korrekt. Also er ist so gut wie korrekt. Er spielt jetzt hier Springer D4. Er opfert diesen Springer. Ihr werdet gleich sehen wozu. Läufer G4. Dame B7. Ja und ihr seid dran. Wie gewinnt man jetzt hier als Schwarzer? Was ist die Idee der Schwarzen? Warum habe ich diese Figur geopfert? Warum habe ich Springer D4 gespielt? Ich zeige euch noch... Wenn nicht, zeige ich euch noch den nächsten Zug. Und jetzt seid ihr wieder dran. Schwarzer am Zug. Was war meine Idee? Es geht hier wieder nur um Taktik. Ich habe durch Springer D4 diesen Bauern abgelenkt. Oder sozusagen wieder entfernt von C3. Und jetzt kommt die geniale Taktik. Bam! Ich knall diesen Springer raus. Und wenn Weiß hier nimmt, ist Läufer B4 matt. Ein schönes Zwei-Läufer matt. Und in der Partie kam noch der und der ist trotzdem matt. Ja. Bam! Nächste Partie. Einfach nochmal so im Schnelldurchgang, um so ein paar Angriffsideen zu sehen als Weißer. Schwarz schwächt sich hier so ein bisschen. Noch ein Bauernzug. Und jetzt... Wir haben schon drei Figuren entwickelt. Und jetzt erlaubt sich Schwarz hier noch E5 zu spielen und den nächsten Bauern zu ziehen. Klare Entwicklungsvorsprung. Es droht zwar die Gabel, aber ihr seid dran. Weiß am Zug. Wie können wir hier eine kleine nette Taktik spielen? Haltet das Video gerne an. Ich zeig's euch. Turm A7. Wenn der Turm wieder nimmt, kommt Läufer nach G6 und wir haben hier zwei Bauern gewonnen. Stattdessen spielt er hier Läufer, äh König F7. Deck die beiden Figuren. Ja und jetzt, ähm... Wenn ihr die Taktik findet, dann seid ihr wieder richtig stark. Versucht mal rauszufinden, wie Weiß jetzt hier gewinnt. Na, jetzt kommen... Jetzt kommen noch ein paar Kracher. Ich zeig's euch. Man spielt ihn trotzdem. Und wenn der hier nimmt, kommt jetzt Springer nach E5. Man hat jetzt diesen König rausgetrieben und man will hier ran mit der Dame. Dame H5. Aber wenn der König jetzt hier nimmt, gibt's Schach. So, Schach. Und was spielt man jetzt? Was spielt man jetzt für einen Zug? Ihr seid wieder dran. Ja, wir brauchen noch einen Turm in der Haarlinie. Und deswegen spielt man entweder einen König dahin oder das Ziel voll lange Rochade. Und danach setzt der Turm da hinten matt. In der Partie kam stattdessen der und da kommt Dame H5, Dame E5 und Dame da hinten. Und dann als nächstes folgt auf den Dame E5 matt. Oder Dame H8 matt. Je nachdem, wo der König hingeht. So, eine Partie haben wir noch. Kotov gegen Kalmanok. Ihr seht schon, der König ist in der Mitte. Aber das ist relativ solide hier, diese Stellung von Schwarz. Da ist nicht so einfach durchzukommen. Dame H6. Lange Rochade. H5. Wir gucken erstmal ein bisschen weiter rein. Und jetzt kommt der wichtige Moment. Irgendwann will Schwarz hier natürlich lange rochieren. Wenn Schwarz es irgendwann schafft, lange zu rochieren, dann ist er fein raus. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ihr seid dran. Das ist der entscheidende Moment der Partie. Der nächste Zug gewinnt die Partie. Im Prinzip. Also man muss dann natürlich noch die Folge sehen. Man muss dann noch ein bisschen sehen, wie es weitergeht. Aber jetzt ist so ein Moment, wo man nicht einfach immer automatisch spielen darf. Nicht einfach jetzt automatisch irgendeinen Zug machen. Versucht man den Zug zu finden. Ja, mit allem, was wir gesagt haben. Es geht um das Thema Stellung öffnen. Der Kracher ist jetzt hier D5. Wenn Schwarz jetzt den wegnimmt, dann ist Springer H6 einfach sofort matt. Weil der Läufer gefesselt ist. Wenn er den nimmt, dann kommt der und die Dame hängt. Und es droht einfach hier neben und matt, weil die D-Linie versperrt ist. Jetzt fällt hier die Dame. Deswegen nimmt Schwarz so. Und dann kommt aber dieses Schach. Und der einzige Zug ist jetzt Springer D7. Und dann kann man einfach Springer E5 spielen und diesen Springer nochmal angreifen. Und gewinnt jetzt da Material. Weil wenn der hier kommt, dann gibt es jetzt... Man kann auch noch entweder Springer... Man kann zum Beispiel noch den spielen. Und die Dame ist weg, weil die kann nicht nach C7. Und hat viele Möglichkeiten danach, Material zu gewinnen. Schwarz spielt den, gibt jetzt das Material. Und es dauert hier noch kurz. Läufer E6 kracht weiß hier noch rein. Und dann ist die Stellung hier gewonnen. Ja, diese Beispiele sollten wir euch einfach nur mal zeigen. So von der Grundidee her. Warum ihr rochieren solltet. Und was ihr machen solltet, wenn ihr gegen den Gegner spielt, der nicht rochiert. Wenn ihr klaren Entwicklungsvorsprung habt. Und der König in der Mitte ist. Dann sollte euer Ziel sein, die Stellung zu öffnen. Und durchaus auch unter Materialopfer. Wenn der König dann in der Mitte bleibt. Und ihr den angreifen könnt. Dann kann sich das lohnen. Und natürlich das Material zu opfern. Aber es erfordert Taktik. Taktik, Taktik, Taktik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, euch zu sehen bei der Panda-WM. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Bis bald. Euer Schachpanda. Macht's gut. Ciao.